Hallo meine Film- und Sammlerfreunde, ich grüße euch recht herzlich zu diesem neuen Format, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich habe mir gedacht, bei all den Schnäppchenangeboten, Ankündigungsvideos hier unter uns unboxern, da habe ich mir gedacht, da fehlt doch noch die iTunes-Sparte. Und wenn ich schon die 4K TV Applebox daheim besitze, habe ich mir gedacht, könnte ich doch allen Interessenten hier mal in unregelmäßigen Abständen aktuelle Angebote von iTunes melden im Video. Ich möchte mich in diesem Format dann hauptsächlich auf 4K-Titel beschränken, mit der kleinen Ausnahme allerdings, dass ich auch auf Titel eingehen werde, die es auf iTunes in HD gibt, aber die es nicht als deutsche Blu-Ray in HD gibt. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und in diesem Startvideo gehe ich auf 4K Ultra HD Titel ein, die es aktuell für nur 3,99 auf iTunes gibt. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar mehr, aber das sind jetzt so die aktuellsten und bekanntesten Titel, die ich euch jetzt zeigen werde. Und ansonsten werde ich dem Ganzen dann so nach und nach immer etwas anderem widmen in den Videos. Aber wir fangen jetzt mal an hier mit Blade Runner, dem Final Cut, mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Den Film gab es schon öfters für 3,99. So auch der aktuelle Stand der Dinge beim Preis. Kann man nur empfehlen. Absolute Top-Qualität. Wer den Film mag, sollte hier direkt zuschlagen. Etwas Geschmackssache ist wahrscheinlich auch hier der Film 2001, Odyssey im Weltraum. Auch der Film liegt in 4K Dolby Vision vor. Man muss den Film nicht mögen, aber die Qualität ist absolut top. Da haben sie einiges rausgeholt bei dem Alter des Films. Wer mit dem Film was anfangen kann, auch hier zuschlagen. Dann gibt es noch Kong School Island. Gut, der Film hat jetzt nicht meinen Geschmack getroffen, aber vielleicht bei dem einen oder anderen unter euch. Dementsprechend, wenn ihr den Film noch nicht besitzt, billiger wird er nicht mehr. 3,99 in 4K, HDR und mit Dolby Atmos Tonspur sogar. Dann haben wir hier War Dogs. Ein durchaus unterhaltsamer, kurzweiliger Film, den man sich durchaus mal auch anschauen kann. Liegt hier ebenfalls in 4K und Dolby Vision vor. Ein etwas kleinerer, vielleicht auch ein etwas unbekannterer Film ist Codenamen Ankel. Ebenfalls in 4K Dolby Vision und mit Dolby Atmos Tonspur. Und ebenfalls von Warner Bros. für 3,99. Interstellar, ein absolut beeindruckender Science-Fiction-Film in 4K Dolby Vision. Geht knapp 170 Minuten. Beeindruckender Film, beeindruckende Bildqualität. Dafür ist 4K gemacht. Absoluter Filmklassiker sind die Goodfellas, Remastered Special Edition, was auch immer. In 4K, HDR, absoluter Toppreis zum absoluten Tiefpreis. Star-Aufgebot natürlich mit Robert De Niro, Joe Pesky, Ray Liotta. Den Film kennt, glaube ich, jeder Filmfan. Und deswegen auch zugreifen. American Sniper von Clint Eastwood war jetzt eher für mich persönlich ein Film, der mich jetzt nicht so sehr mitgerissen hat. Also ich fand ihn ehrlich gesagt eine der etwas schwächeren Regiearbeiten von Eastwood. Nichtsdestotrotz legt er hier ein 4K Dolby Vision vor und kommt ebenfalls mit einer Dolby Atmos Tonspur. Und für 3,99 macht man natürlich absolut nichts verkehrt. Immer mal wieder für 3,99 im Angebot ist auch Live, Die, Repeat mit Tom Cruise in der Hauptrolle, beziehungsweise auch als Edge of Tomorrow bei uns bekannt. Sehr überraschender Film. Also mir hat der Film wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele Schmunzler auf die Lippen gelegt. Das hätte ich vorher nie erwartet bei diesem Film. Deswegen auch hier 4K HDR in 3,99 eigentlich einen Selbstläufer, den zu kaufen. Ein Film, den ich mir jetzt zwar gekauft habe, von dem ich aber bisher noch nicht so überzeugt war, war Sherlock Holmes. Hier erstmals für 3,99 zu haben. In 4K HDR mit Robert Downey Jr. und Jude Love. Kann man sich ansehen, ist aber wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack. Ebenso wie die Justice Lead, die hier in 4K HDR mit Dolby Atmos vorliegt. Aber wer nur den Film braucht für 3,99 macht hier sicherlich nichts verkehrt. Ihr seht es hier auch. Hier gibt es auch schon einen Film-Bundle mit Wonder Woman und Aquaman. Aber lasst euch davon nicht täuschen. Da gab es schon bessere Bundles mit mehreren Filmen für einen besseren Preis. Und dementsprechend, falls euch nur Justice Lead interessiert, 3,99 seid ihr dabei. Ja, Game Night. Auch erstmals für 3,99 erhältlich in 4K Dolby Vision. Hat durchaus Spaß gemacht. War jetzt für mich persönlich nicht so lustig, wie ich erhofft hatte. Aber ist jetzt halt auch einer dieser Filme, wo ich bei einem 4K Produkt für 3,99 nicht Nein sagen konnte. Ready Player One, technisch gemacht absolut super Film. Mit vielen Anspielungen auf die 80er. Ich persönlich war nach dem ganzen Hype etwas enttäuscht. Nichtsdestotrotz ist der Film natürlich schon lange in meiner Sammlung als Disc auf der einen Seite, glaube ich noch. Und vor allen Dingen habe ich mir auch schon damals für 5,99 das digitale Produkt hier gekauft. Nun bekommt ihr das Ganze für 3,99 in 4K Dolby Vision und Dolby Atmos Tonspur. Dann haben wir 10 Cloverfield Lane, der Nachfolger, Fragezeichen von Cloverfield. Oder war es der inoffizielle Nachfolger. Auf jeden Fall hier für 3,99 erhältlich in 4K HDR mit Dolby Atmos Tonspur. War ganz anders als Cloverfield. Eher so die Füllerrichtung hat mich nicht ganz überzeugt. War jetzt aber auch nicht wirklich schlecht, dass man davon abraten könnte. Dementsprechend riskiert ein Blick. 3,99 tun nicht wirklich weh. Dann haben wir hier noch den Film Chips. Den nennt man das Reboot sozusagen. Es ist ein Reboot, Remake der alten Serie. Die ist früher im TV-Cup, hier in 4K Dolby Vision. Der Film, ja, war jetzt für mich persönlich nicht so der Oberburner. Ist so, ja, er war jetzt nicht schlecht, aber er war jetzt auch nicht wirklich lustig. Ist dementsprechend für mich so vor sich hingeplätschelt. Aber für 3,99 findet er wahrscheinlich den einen oder anderen Abnehmer. Und damit kommen wir zum letzten Film. Den Lego Movie in 4K HDR für 3,99. Ist jetzt auch nicht so mein Fall, aber ich weiß, dass diese Lego Filme auch ihre Fans haben. Dementsprechend bin ich jetzt durch mit den 3,99er angeboten, die es aktuell gerade gibt. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich noch mehr Filmchen versteckt in der großen, weiten iTunes-Welt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der iTunes-Stream der beste und stabilste und qualitativ hochwertigste Stream ist im direkten Vergleich mit Netflix und Amazon Prime. Das ist jetzt keine Werbung. Das sind persönliche Erfahrungen von mir und auch von anderen. Man hört oft User-Käufer sich beschweren über die Prime und Netflix-Streams, die teilweise wohl sehr grottig aussehen müssen. Hier bei iTunes habt ihr wirklich Top-Qualität. Und wer da immer noch sagt, bildtechnisch, äh, wer eine Disc dem Stream haushoch überlegen, der möchte mir das bitte doch mal im direkten Vergleich bei laufendem Bild oder vielleicht auch sogar beim Standbild, ähm, ja, in einem kleinen Test demonstrieren, dass er da direkt alles sieht, was Disc und was Stream ist. Also die Streams, da kann man absolut nicht meckern, ähm, sind einfach astrein. Wer dazu noch Fragen hat zu iTunes und Co., kann mich gerne anschreiben. Das sollte es erstmal von mir gewesen sein. Ich überlege mir mal, ob ich jetzt im nächsten Video vielleicht so 599er und 799er Angebote reinnehme oder ob ich mich mal schlau mache nach, in Anführungszeichen, HD-exklusiven digitalen Produkten, die es bei uns noch nicht als deutsche Blu-ray zu kaufen gibt. Haut's doch mal in die Kommentare, was euch lieber wäre. Und falls euch das Video irgendwie geholfen hat, ein Daumen oben wäre nicht schlecht. Dementsprechend macht's mal gut. Wir sehen uns dann demnächst. Tschö, tschö.